Musik Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Walking Dead Season 3 The New Frontier Und ja im letzten Part war es ziemlich viel Input Es ist eigentlich ein bisschen was passiert Ja so zwei Zombie Attacken und so Aber wie schon gesagt wir gehen jetzt hier einfach mal weiter Schauen uns ein bisschen um und hoffen dass wir irgendwas nützliches finden können Während wir das ganze tun würde ich jetzt einfach mal behaupten Ich mache jetzt mal ein paar Ansagen und zwar wenn ihr irgendwelche Fragen habt Zu irgendwelchen zu irgendwelchen Entscheidungen die ich getroffen habe Warum ich das gemacht habe Warum ich mich so entschieden habe oder 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 Ich habe ein neues Format vor ich möchte gerne Gaming Insight machen Das heißt dass ihr auch mit in den Spielen intrigiert sein könnt wie auch immer Wo ich dann verschiedene Fragen zu verschiedenen Parts beantworten werde Warum wieso weshalb und keine Ahnung Also ihr wisst auf jeden Fall was ich meine Ich verspreche von diesem Format echt viel Und ich hoffe dass ihr da auf jeden Fall mitmacht Okay Coole Sache Okay Now I'm sorry I did that Ja Okay das hätten wir uns vielleicht vorher mal anschauen sollen Ich spreche jetzt einfach mal mit Unsere Kleinen hier Mit Kate So Ich kann nicht mehr so Ich kann nicht mehr über das Hörd Ich kann nicht mehr über das Hörd Wir sind in das Hörd Und das ist es Peace Bist du You can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Hey, don't think about that. We're careful, we're smart. We'll stay ahead of them. Luck runs out just as easily as gas. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay. Okay. I'll let it have its five minutes. I'm good. I don't think these tires would fit the van. Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Oh, okay. Da klettern wir aber jetzt noch nicht hoch. Da wird wahrscheinlich nichts drin sein. Kriegen wir doch hin, Mensch. So, jetzt reden wir erstmal mit unserem pubertierenden kleinen Gefährten, Gabe. Huh? What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I want it to go away, but you won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just... We're in that car so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then... It ain't my last damn date. We still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm... Around. Yeah, das ist ein schwieriger kleiner Mann. Aber ich kann mich absolut in diese Situation reinversetzen, weil meine Kinder ungefähr in demselben Alter sind. Ja, also die sind schon echt schwierig ab und zu. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Es vergeht alles und man rafft sich immer wieder irgendwie zusammen. Na, gucken wir mal an. Wir haben anscheinend was gefunden. Gut, ich will jetzt aber auf jeden Fall nochmal da hochklettern. Auf jeden Fall, Ski. Weil ich glaube, da kommt irgendwas Unerwartetes. Es könnte nämlich durchaus passieren... Warte mal, kann man hier noch was... Ne, kann man nicht. Warte mal, was ist das? Was ist das? What the... Some sort of fuel tank. Nix drin. Okay. Das war eigentlich schon fast erwartet. Sonst hätte da gestanden saugen oder so. Also entweder... Wir sehen gleich irgendwas oder kommen in Gefahr. Na, mal sehen. Kletter hoch. Ich bin gespannt. Aber es muss ja irgendwann mal irgendwas passieren, nicht? Also... Und was mit der Herde auf jeden Fall noch wird, das hatten wir schon mal so eine Situation. Ähm... Und zwar, wo wir in dem Zug gesessen waren in Season 1. Also... Da hatten wir auch eine riesige Menge hinter uns und waren dann in der Stadt gefangen. Das ist ganz, ganz wichtig bei solchen Jugendlichen, die mit einbeziehen ein bisschen. Weißt du, dass sie auch merken, sie sind sinnvoll und... Weil ich weiß, in dem Alter kommt man sich sehr, sehr schnell nutzlos vor und dann ist man ein bisschen beleidigt ganz schnell und möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen haben. Aber hey, ich möchte euch da jetzt nicht irgendwie mit Erziehungsgeschichten irgendwie langweilen, sondern... Nur, dass ihr seht, was jetzt so ist. Das macht ja nichts. Aufhebeln. Was so alles in dieses Ding reinpasst. Fuck yeah! Weil mir das Ding abgeschlossen ist, ne? Müsste da ja ordentlich was drin sein. Schau an all das Feuer. Das wird ein bisschen dauern. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie lang das... Also, ne? Okay. Let's go. Homerun! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Sieht so, wie es von da gekommen ist. Gabe, bleib' nahe. Ich glaub, da hat sich jemand eingesperrt, hä? Entweder das oder da kommt jetzt ne böse Überraschung. Oh shit. Erstmal gucken, hätte ich mal gesagt. Oh, da steht aber ne Menge Zeug rum. Hm, ist doch klar. Oben. Da schlagt die Scheibe ein. Okay, ähm... Ja. Also, das heißt dann, wir müssen irgendwas finden, um das aufschließen zu können. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir können eventuell... Äh... Okay, kann man nicht daher irgendwie? Ach nee. Anscheinend kommen wir hier nicht weg. Bis wir diese Tür aufgeschlossen haben. Ich dachte jetzt vielleicht, dass wir bei dem... Bei dem Zombie da irgendwas finden, dass der vielleicht einen Schlüssel dafür hat oder so. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Also, den Gabe würde ich da nicht reinschicken. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, look at that. Und vielleicht finden wir ja noch was. Das ist der cleanste Ort. Hat der die Klappe geschlossen? Nicht, dass der hier gleich irgendeine Überraschung kommt? Oder so? Batterien! Woo! Nice. Nice. Das ist ja schon mal gut für den Discman oder MP3-Player von der Kleinen. Also, da dürfte schon irgendwas sein. Are you kidding me? Lucky for you. They put enough preservatives and this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Ja, da pack mal alles ein. Oh, check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. It's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. This place does have a funny feeling about it. And if Muertos were to somehow surround us. Great. Now I'm officially creeped out. Come on. One night. We bunk down. Eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The hurt is coming if it's not here already. We should go and get ahead of it before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Javi, can we? We could stretch out, sleep well for once. Come on, you know it's not a big deal. Jetzt ist gerade die Frage. Ich glaube, das ist eine der Entscheidungen, die ich treffen muss. Weil, jetzt geht's da drum. Halte ich jetzt zu den Kindern oder zu Kate? Klar wäre es mal wieder nett, ein paar, also mal eine Nacht wieder zu schlafen in einem Bett statt im Auto. Aber andererseits ist die Herde hinter uns. So, mit wem will ich es mir jetzt verscherzen? Da ich nach der Vernunft appellieren muss, muss ich leider sagen, wir müssen in Bewegung bleiben. Wir müssen in Bewegung bleiben. and get out of here. Great. Another shitty cramped night in our shitty cramped van. Hurray. Come on, let's at least grab the food. Da klar. Buuuuh. Die heben wir nochmal auf. Nicht, dass sie sie verliert, bis zum Auto. Die heben wir, bis zum Auto. Hey, Kate, kannst du uns helfen, mit dem? Hey, äh, warte, aber du... Sollst du dich, dass du der schlechte Typ bist. Danke. Geh ein bisschen Gas. Wir müssen bald rausgehen. Ah, schön. Ah, toll. Fertig? Oh, shit. Oh, no. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt werden sie gesucht. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want them getting shot. You best come out there careful with your hands up. Go on, you first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Die sind weg. Open it real slowly. Ich kann nichts anderes machen. Ich glaube, sie haben schon mitbekommen, sind abgezogen. Ah, perfekt. Looks like you and your friends had a real feast, huh? You can't just take what you like. I don't roll over like that. I ate all those. Yeah, me. You? By yourself? Now, now, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. Look, I, I, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling. That you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, just, just let me go, okay? Please. Look, man, this doesn't have to go. The fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Hey, if you're so curious, open it and find out. No, really. Go ahead. Do it. Oh, fuck it. Guys, get the fuck in here! Holy shit! You have to pay for what she done here. Wait, 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 don't... Hey, my family, where are they? What did you do with my family? Answer me! Just do us both a favor and pretend you're still asleep. I wouldn't start talking if I were you. You're lucky we do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back there. If we start talking, I'm gonna get angry. You have to go back. My family's back there. Hey, you gotta listen to me. There's a herd coming. A massive one. Yeah, and that's why we're driving away from it. Please, just... Stop, all right? You don't want me riled up, kid. Not another word, or God help me, I'll put you to sleep myself. We still got a hall ahead of us, and I'm not about to listen to you. What the heck? Stop! Stop! Ja, das müsste jetzt schon mal unser Ticket in die Freiheit sein, nicht? Hätte ich jetzt mal gesagt. Yeah. Got it. Got it. Hey! Es könnte jetzt ein Fehler gewesen sein, aber... Ist eigentlich egal. Wenn sie einen Tod finden, dann... Da ist sie. Da ist Clementine. Ah, das ist das... Please! Just... I need help. Well, that's obvious. The way your friend there ran off, I don't think he's likely to come back and save you. Okay. Now, don't do anything stupid. Denn ich bin nicht so nett wie du. Ich werde nicht behaupten. Du bist ein Kind. Warte, hast du das gemacht? Mit dem Baum? Ich versuchte, um den Truck zu verhindern. Oh, Scheiße. Ja, du hast es gut gehalten. Der Baum ist schneller als ich dachte. Lass deine Hände auf, und schluss deine Augen. Schau, ich bin die Victim hier. Wir sind alle Victims. Oh, also ist es okay für dich zu retten? Das ist Payment, für dich zu retten. Hey, das ist für meine Ließe. Sie liebt die Chocolate mehr als alles. Ich habe es gesagt. Bitte. Keep your eyes closed and count to a hundred before you go. Wait, just... My family. I need to get back to them. We were attacked and I don't... I just need to know where I am. We were driving down the 522 and that's when we found the junkyard. They're still there. They're still there. I need to get back to them. I know where that is. You said you were driving? In our van, yeah. I'll take you to the junkyard if you let me have your van. I get you there in one piece, then I drive away. That van is our home. It's all we got. That sounds like a no. How about you just give me directions like a normal person? How about I shoot you and take the van anyway? This is a better deal for you. Let's go. Hmm. This really necessary? I don't know you. I don't trust you. And I'm not taking any chances. So it's safer for both of us if you're tied up. Look, I get it. You're being cautious. Glad we understand each other. The name's Javier, by the way. People call me Javi. Clementine. It's nice to meet you, Clementine. If you say so. Oh my god. My sweetie. Oh man, we have them finally found. Now in the second part. I find it's cool. I find it's mega. Mal gucken, how she developed. Because so, how it came right now, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Look, fine. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? For all I'd know, you'd turn around and use it on me. You give me a weapon, we can protect each other. I give you a weapon. I can't take my eyes off you. At least this way I know what I'm up against. Wait, those. The hurt caught up with us. Oh shit. What do you call them? Walkers. What do you call the ones that run? They're all fucking walkers, okay? Look, I'm just... I'm not used to being around other people. Not for a while anyway. Usually it's just me on my own. Sounds kind of lonely if you ask me. Why? Well, I didn't ask you. And anyway, I prefer it like that. Warum? It's actually fast genau das Gegenteil von dem, was ich da angeklickt hatte, aber... Where's Junkyard? My brother's kids. And his wife. It's impressive. Surviving this long. Not sure how you did it. Just... Keeping everyone together like that. Well, I didn't do it alone. My, uh... Kate helped. She did... Most of the work actually. Sounds nice. Having a partner. It is. How about you? You must have been pretty young when this shit started. I was. But some people looked out for me too. What happened to them? Same thing that happens to everyone. Shit. We can't stay here. There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise, we're walker food. Can you do that? Please. We can't make a detour. I need to get to my family. And I need that van. But right now, you have to trust me. Oh. You mean the way you trust me? Don't make me regret this. Come on. Come on. I find such a great job. I find such a great job. I find such a great job. You can really appreciate it. There. I am just happy to help you. Come on. Alter. Oh, shit. Okay. Okay. Ja. Schau, Schule. Ach nee, nicht mal. Hört sich aber komisch an. Ja, dann schießt du, manne. Get your ass inside. Come on, now. Whoa! God effing dammit, Francine. One of these days, those doors are gonna close and your ass will be on the other side. Yeah, and when that day comes, Tripp, I promise, I'll eat you first. Be good. It's Clementine, right? You stayin' a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there, hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hopin' it's gone just as fast. So, just keep your heads down and steer clear of trouble. You got me? There's too much going on outside the walls tonight. We'll be cool. Just need a place to ride out the herd, that's all. All right. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind if you wanna hang on to all your teeth, that is. Now head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. It's a pretty cool place. I would say, I'll end here the part. I hope it's been a bit more fun. It's been a bit more action than ever since. I think I'm so cool on this game. It's so nice. Nice, auf jeden Fall. Und, ja, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen mit dem Gaming Insight. Stellt Fragen, 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 dass ich da wirklich was draus machen kann. Und, ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was uns in Prescott erwartet, werden wir meine Familie finden. Also, seine Familie, oder wie ihr es nennen wollt. Ihr werdet es erleben mit einem weiteren Part. See you next time. Euer Avenger. Haut rein. Natürlich das Bewerten nicht vergessen, meine Macht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und, ja, ihr kennt ja das Prozedere. Also, haut rein. Bis dann. Servus, alter. Ja, Schwede hier hatten.